Moin, ich bin Marie und ich mache heute zum ersten Mal Spaghetti Carbonara und ihr seid live mit dabei. Wie war's? Und nur um das vorwegzunehmen, wir benutzen heute kein Kochschinken und auch keine Sahne. Ich fange jetzt erstmal mit dem Schinken an. Und zwar habe ich hier einen luftgetrockneten Pancetta. Meine erste Wahl wäre allerdings der Guanciale gewesen, den habe ich leider nicht bekommen. Deswegen begnüge ich mich heute mit dem Pancetta. Den schneide ich jetzt in nicht allzu dünne Stücke, aber auch nicht allzu dicke Stücke. Ich mag es eher klein, dass überall ein bisschen Schinkenspeck ist, anstatt so große Brocken, nur vereinzelt. Der Schinken ist jetzt geschnitten und ich koche weiter mit dem Käse, den müssen wir jetzt nämlich reiben. Im Originalen ist das Pecorino, aber da ich absolut keinen Schafs- oder Ziegenkäse mag, nehme ich hier Parmesan. Der Italiener soll es mir verzeihen. Ich reibe den jetzt einfach fein in die Schüssel. Nichts verschwenden. Hier in die Schüssel kommen jetzt drei Eigelb und weil ich nicht sicher bin, ob ich das gut kann, mache ich das jetzt erstmal über diese kleine Schüssel. So kann ich auch sicher sein, dass da kein Eiweiß drin ist. Zur Ei- und Käse-Mischung kommt jetzt noch ein guter Schwung Pfeffer. Das Ganze wird jetzt verrührt, einfach mit einem kleinen Schneebesen. Und jetzt kann ich auch schon umbauen, jetzt kochen wir gleich einfach die Nudeln. Solange das Wasser hier zum Kochen beginnt, erkläre ich nochmal was über die Nudeln. Und zwar sind das Baguetti al Bronzo und die werden durch eine Bronzeplatte gepresst und sind deshalb rau. Also an der Oberfläche ein bisschen weiß, dadurch erkennt ihr die und dadurch haftet die Soße nachher besser. Das wollen wir ja. Den Speck, den gebe ich jetzt schon mal in die kalte Pfanne. Der wird dann nämlich schön ausgelassen, aber erst, wenn die Spaghetti gleich reinkommen. Das Wasser kocht. Das wird jetzt natürlich noch gesalzen. Und dann kommen die guten Spaghetti rein. Und jetzt ist auch die Zeit, um den Speck anzumachen. Der wird jetzt ganz schön langsam ausgelassen. Im Grunde warte ich jetzt eigentlich nur auf die Spaghetti, bis die gar sind. Und ich kann auch immer mal wieder probieren, ob die schon al dente sind. Die Nudeln sind jetzt fertig. Der Speck ist auch fertig. Und jetzt holen wir die Nudeln raus und machen sie einfach in die Pfanne zum Speck. Ihr wollt heute schon das Rezept von nächster Woche sehen? Dann schaut gerne auf Watch Better vorbei. Dort gibt es meine Videos schon eine Woche früher. Kostenlos und ohne mehr Aufwand. Mehr Infos zu Watch Better und natürlich den Link zum Video findet ihr in der Beschreibung. Ich habe die Pfanne jetzt auch schon ausgemacht, also den Herd komplett ausgemacht. Damit gleich das Ei nicht stockt. Denn wir wollen ja kein Rührei, sondern eine cremige Soße. Ich schütte jetzt hier in die Ei- und Käsemischung ein bisschen Nudelwasser unter Rühren natürlich. Damit das Ganze ein bisschen cremiger wird und ich das dann in die Pfanne reintun kann. Und jetzt kommt das Ganze mit in die Pfanne. Und wird natürlich auch schön verrührt. Ich freue mich. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, noch eine Kelle Nudelwasser dazu zu machen. Ich richte das Ganze jetzt an und dann sehen wir uns gleich zum Geschmackstest wieder. Kommen wir jetzt zum Geschmackstest. Boah, ich bin so ultra gespannt, wie das schmeckt. Auch so wenigen Zutaten. So was Geiles. Warum habe ich das nicht schon öfter gemacht? Richtig gut. Auf einer Skala von 1 bis 5 Balotellis würde ich dem Gericht auf jeden Fall eine 4,5. Und eine 4,7 geben. Bis zum nächsten Video. Eure Marie.